Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Ja, gut, ich habe keine Freunde und da dachte ich mir so, ich bin einfach Jack Sparrow. Nee, ich habe ihn umkostümiert. Könnt ihr mit mir reinschauen, wenn ihr wollt. Einfach mal schauen. Sieht lustig aus auf jeden Fall. Sieht, denke ich, sicherlich richtig interessant aus. Ja, ich spiele heute Malzahar, sogar als Shadow Prince Malzahar. Ich muss sagen, das ist mein Lieblingscharme mittlerweile, Malzahar. Ich spiele ihn echt sehr, sehr gerne in der Mitte. Er ist stark, ja. Ja, er ist verdammt stark. Vor allem seine Ulti ist übel. Seine Ulti in Kombination mit all seinen anderen Fähigkeiten gleichzeitig tot. Direkt tot. Keinen kommt. Das Problem ist, dass er extrem stark liegt. Dann haben wir zum Beispiel mit Galio, da bringt das auch nicht viel. Ja klar, gegen Galio hast du es echt verdammt schwer. Aber da ich, denke ich, einen Timo habe, versuche ich dem mal ein bisschen... Müsste eigentlich klappen, würde ich auch sagen. Bisschen was auf den kleinen Popo zu geben. So. Ich fange an mit Dorans Blade, äh, Dorans Blade, würde ich schon sagen. Ich habe da noch meinen Timo-Skin dabei. Müsste man meine Aufnahme eigentlich sehen. Man kann es auch schon bei den Icons sehen. Hier bei mir ist bei Timo nur ein Wort angegeben. Timo ist einfach ein laufender Wort. Ich finde es zu geil. Gucken wir gleich mal. Leider ist er halt noch ein bisschen, äh, farbig. Timo ist ein farbiger. Ne, Timo ist halt, äh, bunt. Also kein normaler grüner Wort, sondern halt normale Timo, also oben blauen Seiten, so grün und so weiter und so fort. Dass man ihn noch verkennt. Ja, wenn du ihn jetzt noch nicht mal mehr erkennen würdest von einem normalen Wort, dann hättest du echt ein Problem. Und mein Jack Sparrow ist irgendwie buggy gerade, glaube ich. Cool. Mein Gesicht ist schwarz. Ich bin schwarzer Jack Sparrow, glaube ich. Auch gut. Schön, dass das mit den krassen Skins ja nur so bedingt gut funktioniert. Ja, normalerweise schon, aber ich bin irgendwas falsch verständlich gemacht mit dem Gesicht. Ich weiß es nicht. Na gut, ich bin halt Captain Black Sparrow. Ja, auf jeden Fall. So, wen haben wir denn überhaupt hier noch im Gegner schon, beziehungsweise erstmal in unserem Team. Wir haben noch einen Ezreal, der spielt AD Carry, aber ungewöhnlich mit einem Heal. Ähm, ich habe gerade auch was cooles gemacht bei mir auf dem Bildschirm. Wattest du mich mal machen? Ich bin gerade lange genug da und mein Unterkörper hat sich nach oben geknickt irgendwie und komisch. Ja, geil. Okay, ich werde es in deiner Aufnahme mal sehen. Ja, wen haben wir denn noch? Wir haben eine Karma, die Support spielt, auch mit Clarity. Also, bin gespannt. Und einen Warwick im Jungle, der spielt normal. Ach ja, ich habe auch Warwick's genommen, da machen wir dazu auf. Wen hast du denn für Warwick? Logan. Logan? Äh, besser kann als Wolverine. Ah, okay, ja. Auch cool. Schöner Bluepull. Warwick hat keinen Bock, den zu tanken. Lässt ihn einfach mal zu Ezreal laufen. Okay. So, schnell mein Dot drauf. Ist das ein Wort? Oh, bei mir leckt es gerade ein bisschen. Hier geht es fast noch. Ich lasse mal ein bisschen durch, ich hätte Angst vor, weil... Oh, hat er in die Hose? Ah, Timo, Glück gehabt. Ah, da hat er Glück gehabt, das Kleine. Nö, 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 aber ist fast durch meine Wand durchgerannt. Oh, na ja, gut. Ich versuche halt die ganze Zeit, ähm, über Minions den Dot auf ihn drauf zu bekommen, aber... Will nicht so recht. Mach mal alles auch mit Malzer, würde ich jetzt sagen. Rum! Oh, mein Dot macht schon gut Schaden an ihm. Mit der Single Target Mage einfach. Äh, da kommt schon ein Rammus. War das Problem, die pusht mich die Y. Boah. Ich, äh, äh, starbe durch den Leck gerade. Also, wenn mir hat es gerade so derbe geleckt, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Meine Kamera ist sonst wohin geschwenkt und... Komisch. Aber das Kacke. Oh, Mann. Ich glaube es ja. Für dir ist kein Wort. Warte ab. Warte ab. So. Das war echt... Ich war mir so klein, womit ich denke, äh, mit Jack Sparrow. Ich kann mal sagen. Weil die war ja umpusht. Second sight or dead seated. Aber die, die pusht er echt extrem krass. Ja, was euch da oben machen, bitte. Die Frage. Der, der Rammus da, der hat aber auch schon alle seine Potts verballert, die er dabei hatte. Also, das ist noch slow und schade kriegen wir nicht. Klingt nichts. Schade. Wenn Flash gewastet ist, um Blödsinn, aber na gut. Vertrauen in den Warwick. Ich war jetzt voll schief einmal. Ich weiß, jetzt habe ich einmal falsch geskillt. Ja, okay. Du warst viel zu passiv. Kriegen wir nicht die Wall. Das ist keine Ulti, die Warwick. Das ist eine große Rolle. Wurde, Wurde, Wurde. Wurde, Wurde, Wurde. Mach mal eigentlich immer Zeit. Hin und her und hin und her und hin und her. Kannst dir nicht sagen, was ihr da macht. Ja, Wurde, Wurde, Postblatt. Ja? Firstblatt bin ich doch schon geworden, gerade. Achso. das leben an bitte das ist extrem extrem niedrig gewesen ja gar nicht vorstellen was die app ihr das nicht auch bekommen bitte soll mir recht sein er hat mich gerade abonnent an losließe den wort jahren und ich glaube nicht verstehen weil ich von listen einfach nehmen wollte und das hat irgendwie noch als keine ahnung weiß es nicht kann ich dir nicht sagen muss mal weggehen levelvorteil super abglaube eine verarbeitete version von dem ihr zeug ließ dazu da absichtlich so lange stehen eigentlich nicht das haben wir nämlich ein bisschen angst gemacht ich habe gerade hochgeguckt dazu steht da bleibt aber immer noch stehen ich habe halt eine heilung deswegen jetzt habe ich ein bisschen schaden ausgebildet bei ihr na gut sie können sich halt nicht heilen dass es hier nachgreifen ich dachte nicht dass sie so viel schaden macht vor allem so viel schaden und mehr schaden irgendwie als ich denke da noch vier tier ist vorne bin ich das schon gleichbleiben bitte da kommst du von mir da kommt ramos bei mir ich komme nicht weg doch klar so will nein simo tower da ist nämlich weil er barriere hat so hat es geschafft locker ramos kontrol ramos kontrol 3 2 1 3 2 1 war es naja ramos ist ja ich wollte hier haben gern geschehen für den pull alles geplant machten die worte kommen die worte zurecht sieht einigermaßen aus da kommt jetzt wowwick an doch das wird auf jeden fall ein kill jetzt bei mir nicht hier läuft es um mich nicht wirklich und ich kann vor allem nicht weg gehen weil die extra push die an das teil aber ich habe sie erst einfach liegen lassen wäre keine wahl alter warum hat er denn da mal alter das kotzt mich so an manchmal funktioniert es einfach nicht wenn ich zu viel zu schnell die fähigkeiten use geht es einfach nicht irgendwie und generell das ganze spiel lecker hat bei mir ich selbst irgendwie in dort auf familien und zwei sekunden später ist er drauf ja ist alles ordentlich normal angela nicht sagen wollen das ist nun dort auf tino gekommen jetzt hängt das spiel komplett hat es sich komplett ja ich habe es keine ahnung wie gesagt bei mir hat gerade alles gehangen und er ist nicht gestorben nichts gemacht du bist alles geteilt ne oh siehst du mein dort hat sich wieder nicht drauf gesetzt ich habe dort und ignite eigentlich gemacht und in dem moment fängt es an zu legen wie sonst was und dann plötzlich sehe ich nur wie ich schon unter dem tower stehe lol generell mein kompletter also bei meinen ganzen aufnahmen lecktes jetzt zeigt gestern so extrem als sie auch ist dann ja aber ne auch als ich wurde vorgift aufgenommen habe als gestern extrem gelegt ich glaube es liegt eher irgendwas an meinem pc momentan habe ich nicht bei mir lagts ja auch in der zeit schon komisch ja jetzt die ganze zeit in den games hat es halt nicht geleckt wie ich jetzt davor gespielt habe und Timo ist wieder da mit blue schön er gibt mir auf den sack vor allem er ist so passiv dass er nie den dort abkriegt und freiwillig vor allem nicht fahren gerade aber ist halt stärker im early das ist das problem außer ich könnte halt die jetzt gerade dann geht's auch meinst du ich würde mal schaden an den rand kriegen an den Timo da jetzt hat er meinen dort mal abbekommen super viel zu spät danke wovic ich mag wovic ich mag ich mag vor allem den doppelten attack speed bug haha der haut rein die muss hier unter dem tower der probleme ohne ende wenn ich push dann kommt er da nicht weg da kommt rammus falsches spiel diesmal nicht was das hat meine ulti irgendwie abgebrochen welchen tor das gegen roll nein er hat erst gegen gerollt und dann habe ich meine ulti gemacht und plötzlich abgebrochen hat das bisschen pech bisher ja ein bisschen ist gut klar ich habe daran muss der kam mit so wenig leben an ja klar der wort macht sich fertig mach ulti mach ulti mach ulti mach ulti hat er nicht doch hat er hat er nicht geultet ich auch auf ulti na gut gerade ob fehlt ich habe bis jetzt noch kein mal meine ulti effektiv draufsetzen können das kotzt mich echt gerade an jetzt stehe ich in der aufnahme da wie der letzte depp und habe eben noch so erzählt dass ich mit meister so gerne und oft spiele ja aber jetzt läuft es gerade irgendwie gar nicht da ich hau auf minions drauf die sterben einfach nicht während ich draufhau und dann drei sekunden später sind sie tot das gibt es ja wohl nicht mir ging keiner von oh man extra ulti aufgehauen doch schön und es ist für mich dankeschön ja warte auf das war das nicht gut schuter ks schöner ks schöner ks man ich brauche den bruchte auch blue mir ist aber gerechtfertigt ich glaube wir mir nehmen aber der vorweg hilft mir nicht dabei er auf damit doch ebenfalls nicht die nase putzen ist wirklich taschentuch 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 das sind die 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 bonus material da muss man dann schon umschalten auf das auf die andere folge bei dir auf jeden fall der kleine bastard immer wegkommt unter seinem versteckt dass ich und dann noch weiter auch wenn man sie wollen von kreis in geld egal nicht so schlimm da ist den dings haben Ich weiß nicht wie ein Rammertan ich bin. Ramm! Das war nochmal der Golem. Nummer 19 Farben ist auch okay, würde ich sagen. Das war nicht so gut jetzt gerade, aber es geht. Auf jeden Fall noch. Critru's Gang Flank. Critru's Gang Flank. Schön. Top fehlt. Rammertan ist unten. Von mir aus, ich geh mal auf BOT. Gedachtet. Ein paar Minions durch. Ich helfe schon überall aus, ganz einfach mit einer Ulti. Leise gerade nicht ready. Ja, unten sieht nicht gut aus. Rammertan kommt von oben. Lass uns erst reingehen, glaube ich. Warum hauen die denn noch ab? Nein, vier sind unten drei. Eleni rammertan. Alter, danke Israel, danke. Du bist doch reingelaufen wie ein dober Typ. Ei, die waren zu dritt. Die unten auf der Botline war zu zweit. Die sind jetzt zu vier zusammengekommen. Die von oben wären noch lange nicht da gewesen, dann hätten wir die unten platt. Locker. Wir hätten die unten locker schnell ab... Ich bin tot. Ich bin tot. Wir hätten die da unten locker abgespeist und dann... ...fremden die einfach woanders hin. Ja, das ist... Wie steht's denn? 2-1 für Ezreal. 1-4 für mich, 1-1 für dich, 1-1 für Karma und 4-1 für Warwick. Warwick steht halt gut, der hat eigentlich alle Kills bekommen. Timo steht 4-0. Wo hatten der Timo die Kills her? Ja gut, zweimal von mir. Okay, ja. Oh man, ich wusste, dass die Wave von oben kommt. Der erste war... Der erste war ja einfach nur ein Leck. Ich wollte gerade nur die Dings, die Nami noch sehen, weil ich weiß nicht, wenn der Ulti hinschießen muss. Weißt du? Dann kam vorhin eine Weihe angeflogen. Oh, und da kommt ein... ...Rammus von hinten. Kommt ein Rammus von hinten. Setzt sich nieder auf den Schoß. Ich glaube, wenn der sich auf deinen Schoß setzt, ist alles vorbei. Warte mal, ich komm auch mal. Du musst die Pellechen machen, der Dings. Ich wollte irgendwas. Ja, Ulti einfach. Zu spät. Ist er weg. Komm, rennach oben, rennach oben, rennach oben, rennach oben, rennach oben, rennach, rennach unten. Boah, die Pilze! Ich dachte, Ulti einfach, aber nein. Wolltest du nicht ulten? Ich wollte nicht ulten. Er ist da unten. Ja, und jetzt kriegt ein Esray, Mann. Meinst du, wer überhaupt noch kriegt? Ja, krieg's da. Ja, krieg's da. Der er vor sich nicht bekommen hat, ne. Dann krieg ich aber Y jetzt. Nein, Y ist zu stark gewesen. Oder? Was kommt grad werden? Und dann krieg's da noch die Y dann da noch. Ja, dann mach's da. Nö, ich krieg Y natürlich nicht, weil sie's irgendwie schafft noch zu überleben. ja guck dir mein leben an ich helfe da nicht viel ein schuss von timo und bin tot wie hat die war überlebt das frage ich mich wie hat die das überlebt da gibt es alles von custom skins über ein schnäuzen über geile telefonmucke seine freundin im hintergrund zu hören ich kann euch nicht kerry ich bin gangplank hatte mal jetzt ich muss mal wo du drecksack ich bin der loser des games definitiv ich glaube vorne rum es holt doch zu halten alter diese timo pilze sind echt fucking überall wo ist hin bis heute warum komme ich überhaupt noch runter da wirst du hier nur verarscht von vorn bis hin ganz ehrlich er muss mich jetzt nicht allein ja klar die stadt noch an dem gift genau dann war das halt ja 30 minuten ist so klar ich stehe 15 das ist lächerlich ich will nicht dass das hier auf youtube landet die schlechteste aufnahme seit langem ja aber uns das bei horchen kugel der eine kinder der eben der war auf jeden fall mir ja aber ich mache immerhin 16 schaden pro sekund ja 16 schaden ist hier mal absolut behindertes gift ich glaube ich glaube ich glaube ich weiß nicht warum ich brauche auf jeden fall jetzt besser er stellt sich auf sein siegeln drauf machen anstatt mich ist dabei oder keine ahnung ist nie als so gewollt weiter jetzt habe ich schon wieder timo am sack ja klar starb ich weil wo kommt denn die dreckstusse jetzt her nö er hat ja er hat ja seinen scheiß barrier man doch hat very aber geused es ist doch zum kotzen warum kriege ich jetzt hier alle in der mitte immer ab weil ich nicht wurde als ob irgendeine andere lane worden würde außer dem bot lane warum ist hier keine party auf der top guck mal du kannst dir fahren nehmen auf der port obwohl du nicht mal da bist ich versuche mal in der mitte zu fahren da kommen gleich zwei leute angerannt ich mein team hätte ich jetzt locker platt gemacht mit der holt nein kam die war springt gegen mich und abgebrochen toll musste nicht wollen mich ja sollte nicht mal denken das war ein fehler von dir ist es top jetzt zu sagen müssen eben doch so jetzt soll ich dir auch nicht jetzt soll ich dir auch nicht erst ich habe das vorhin gesagt als er direkt weggesprintet ist ich bin nicht gereicht und mir leid am arsch alter ich helfe euch jetzt auch nicht beim dragon ich bin tot ich kann nicht helfen weil du nicht erst gesagt hast bin ich gestorben ich entschuldigung für diese kraftausdrücke aber fickt euch alle fickt euch jetzt wirklich ey jetzt wollte ich ja einmal schön zeigen wie gut ich doch mit malz bin und dann das ist manchmal 16 also ja den zweiten kill hat mir kammer geklaut den anderen killers du mir geklaut ich sprich ich hätte mindestens schon mal drei haben müssen die safe waren weiß ich hier wollen mich schon geklaut ich kann so was von weiter ja aber ich habe zwei kills bekommen bin dann trotzdem gestorben aber ich finde es schrecklich dass die kamer sich keine pinkworts nimmt und mal die pilze weg macht man ja schon wieder verschrieben dabei ich habe schon eins und die muss das dauerhaft haben hallo was ist das für ein support man ein support der nicht dauerhaft dingens drauf hat ja das weiß man nicht hallo wir hatten der erlaubt ap zu spielen das ist der support wenn ich sofort spiel darf ich das nie weil ich immer geflames würde den wir werden direkt hier ja weil drei holz gleichzeitig der ist noch nicht einmal gestorben das ist so ein witz ist das was braucht ihr da unten verstehe verstehe wir müssen wollen die kammer hin wenn ich komme wieder zu spät dass ich ankomme ist eher alles tot es real nein alter es wäre dann hör auf wegzulaufen danke das hätte ich mir auch guten der mitsch am arsch ja ich mache jetzt gar nichts mehr geht gleich auf karl hier kannst du jetzt selber gucken wie du klar kommst ist das ein kill der hat die bade ist passt auch noch passt auch noch kiel sie einfach siehst du eine pro ab pro mein ba war op der war absolut gar nicht geplant der war scheiße mann vor allem schmeckt sich einfach der vorweg die ganzen 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 hier jetzt erstmal anfangen hat jetzt extreme lexen d-s machen was ist ist auch nicht deswegen frage ich soll heute was heute was heute was heute irgendwas wer denn du so als zu spät spiel zu betrothen aber alle da mal denken in den linken na hier im busch warten bis zu kommen wir machen einfach den dreck genau gute idee meiner aber ich ein damage gerade schrecklich zimmer der kleine hoch und bockstellt abwitzen hin ein kurd war Nö, war ein Double für mich. Ein Double für mich. Ist okay. Ich könnte Panther haben. Ja, ich hätte auch gerne einen Panther, aber mir lässt sich hier auch keiner irgendwas. Wir haben zusammen einen Panther, ist doch auch okay, oder? Okay. Damit lässt sich's doch leben. Guck dir einen Spiel von Murak bitte an in der Ehe. Ist krank. Tom. Heck ja. Ebenlich alle wieder. Hot Tower, ja. Genau, rennt immer da hoch und ich geh mir den Blue-Hoy. Und hol mir dann den Topfarm. Da ist Rammus, aber zum Deppin ganz vergessen. War das so clever, Warwick? Weiß nicht genau. Gut, dafür dass das Game so scheiße angefangen hat, hab ich jetzt stark aufholen können. Der Triple vorhin hat auch gut getan. Naja, hab ich nicht verstanden. Ich weiß nicht, warum Robby gerade so... Au. Gierig auf den... Dings mal. Gibt's auch noch? Ja. Und das alles ohne draufzuzahlen, oder wie? Ohne draufzuzahlen? Was? Das ist ja Wahnsinn ist das. Neh da ein Fisch drauf. Nur heute mit Fisch. Enemy Killing Spree. Wieso unten gestorben gerade? Ja. Schön, aber hier kommt so wenig Minutes, dass ich pushen könnte. Und außerdem will ich mein Item haben. Ja, klar. Ja, klar. Aber eigentlich ganz guter Eid. Ich brauche noch eine Hydra und dann brauche ich noch eine Warmox und dann geht's ab hier. Die Y gibt mir dabei auf den Sack, deswegen brauche ich mir jetzt noch ein, ähm, Dingens. Aber ich habe mich ja nicht ulken, das ist das Problem. Was schon blöd? Ja, ich habe mir gewollt genommen von denen. Wie lange? Hm, noch halb. Na gut. Ich nehme dir ruhig. Auch denn jetzt, ich kann sowieso recht gut fahren. Der ist weg. Ich hätte sowieso recht gut nachfahmen können, also mal nachfahmen können. Nämlich meiner. Würdest du als einziges nach vorne laufen? Vorlaufen? Ich wollte gucken, wo die Y ist. Oh, Robux hat hängt. Komm zu uns. Ich wollte nur gucken, ob die Y noch da ist. Komm zu uns. Ja, warte mal, ich mach noch. Komm hier weg. Können sie abfangen, wenn du nicht kommst. Da ist Timo. Da ist Nani. Nein, die kommen jetzt noch nicht mehr hoch. Windu, korrekt. Genau, irgendwie. Genau, hier. Oh, komm. Oh, was der? Oh, war das? Der ist geschehen. Ich dachte, du musst verraten. Schade. Einer für den anderen mal. Ist ja lustig. Aber du hast gerade gesehen, meinen Q. Ja, der war extrem heftig. Ein bisschen... Wie versteht es denn jetzt? Habt ein bisschen weh. 9, 6, 10, 9, ja, 9 Kills tun, äh, die neuen Dice tun hat echt verdammt weh, aber... Wie gesagt, am Anfang, das sieht man sogar, wie schön das geleckt hat, weil meine Kamera einfach sonst wohin gesprungen ist, plötzlich, zack, zack, zack. Und dann bin ich, ich hab hier in den Busch gestanden, ja, wollte da rüber flashen und hab dahin geflasht. Also, auf dieselbe Stelle, irgendwie so. So geil. War schon cool. Wollt ein Panther jetzt? Warte, ich will jetzt einen Panther-Stil machen. Weil ich muss den Ramm, muss ich einfach wegwehen. Wegwehen im Sinne von wehdrücken. Wegwehen. Einmal so gepupst, fliegt da rammus erst mal so drei Meter weg. Captain Pupst, Black Jarom. Äh, Starom. Ich sie auch erst auf die Hand stellen, wenn man krittet, das ist total komisch. Aber dann gut. Wenn der ist von Malz war, ist so cool. Ich mach schon mit den Text holen, echt nicht. Das war auch echt schwarz. Sonst ging er echt durchbrechen und schwarz. Das ist zu zweit wohl nicht, aber... Take Oracle O-Ping. Das Name... Das Name... Und Timo... Schön aus zu fliegen. War schade. Die sitzen... Lass... Da drinnen. Äh... Die damit an Timo macht ja auf dich etwas lieber auf. Ich bin ja genauso. Bleibst du? Ne, kein bisschen. Cool. Ernst, danke. Was macht Wormick? Mach den jetzt ernster. Wormick macht Solo Blue? Da kommt... Ähm... Solo... Aaron? Karma war hinter uns. Ich laufe in die Scheiße rein. Noch lebt so, vielleicht noch so sterben wahrscheinlich. Im nächsten Tötz. Mach ein bisschen Damage drauf. Guck mal. Oh, guck dir jetzt runter. Geh mal weg. Damage Rack gesehen? Ja, ich hab ihn gesehen. Das war heftig. Alles Pio gemacht. So. Jetzt hab ich hier auch mein... Hourglass. Ich bin jetzt mal eine Hydra. Ähm... Warwick. Ein Sonja's Hourglass. Wir haben kein Warwick mehr. Toten Warwick. Ich finde das immer zu geil, wie die Gegner sie ulten, ey. Ulten... Die Gegner hauen immer gleich drei Ulz-Vereinen raus. Babababam. Aber Hauptsache muss sterben. Babababam. Naja, auf jeden Fall. Es ist mir... Warwick. Guys, final push. Ähm... Because I was back. I was back as a black. Ich könnte mir den Hydra holen und... Ja, dann haben wir den Baron haben wir jetzt gehabt. Auch wenn wir nicht... Fasseln. Wir hatten jetzt den Baron hätten fighten können. Hör mal da kurz. Abmutter vor Ortig. Der Baron hält ja noch ein bisschen. Bisschen doof. Alleine. Nur so ne... Vermutung. I gang for blue. I gang for plank. Da kommt schon einer. Der erste Kandidat, der den blue haben will. Ja, komm, Magic. Du schaffst den, schaffst du. Ult abgebrochen, scheiße. Aber äh... Weck. No. Du hast den Assi-Plan von dir, ganz ehrlich. Stört mich kaum. Wenn der jetzt ein Wort gehabt hätte, wäre es so tot gewesen. Warum spielst du den Vieh ab? Filze. Ich hasse Filze. Schau mal, wenn. Es gern Filze. Da kommt noch ein Zubrego und Baron haben unter Plan. Komm zu einer Scheiße, bitte. Da ankelegt sich extra nicht rein gelaufen in den Busch tief. Ich bin nie, ey. Ultimär ist noch nicht. Ne. Nein, gleich wieder. Aber ein bisschen haben wir auch nicht. Weil sie da unten. Werden die Grundung wieder hochrein. Ich schaffst du noch. Ich bin mal noch da unten. Ja, viel Spaß. Da unten. Ich hab wohl die. Ich hab wohl die. Ach so, jetzt wieder. Wo war dahin? Wir hätten noch fighten. Wir haben noch ein Viertel Baron. Tristana-Bot. Kommt nett. Das sind alle Bot. Timo. Bisschen Arsch. Ja. Ja. Scheiß Rammus immer, Mann. Dank dem kann ich nie irgendwas machen. Wenn ich ja wenigstens, bevor ich sterbe, noch irgendwas auf den Boden setzen könnte oder so. Aber nö, der Rammus unterbricht ja immer alles. Und silenced mich dann komplett. Also beziehungsweise er zwingt mich ja immer, ihn anzugreifen. Triple kill. Da hat die Y zu lang gewartet. Ich glaub schon. Da hat schon wieder abgebrochen. So lange hat's gewartet. Da ist ein Quarldor gewesen, aber na gut. Er hat mir eigentlich geklaut, ich hab ihr eigentlich geklaut, was schon. Ich will mich auch nicht fokussen oder sowas. Ich hab grad die Tristan fast getrugedet oder sowas. Ja, komischerweise hat's jetzt zum Ende hin nicht mehr geleckt. Komisch. Echt merkwürdig. Naja. Am Fokus nehm ich nicht. Das Game ist gelaufen. Nami ist die... Ich glaub nicht. Nami kommt in 5 Sekunden, der zweite... Dann Rammus in 15. Ich finische nicht, mach nur die Lippe, Tristan. Das brauche ich nicht wieder aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, ob wir das machen. Jetzt kommt Rammus in 5 Sekunden, dann Tristana in 15. Beton, pass auf. Du kriegst so ne Scheiße. Ja klar kommt, Rammus mit Homeguards. Hast du gedacht? Sag mal, guck mal, wir haben so viel Minions, dass es schaffen sind. Jetzt kommt Tristana, genau jetzt. Timo kommt, jetzt. Das schaffen sie niemals gegen die ganzen Minions. Guckst du dir die Minions an. Aber gegen uns schaffen es auf jeden Fall. Ich bin auch gleich wieder da. Oh, naja, eigentlich nicht. Das Game ist zu Ende, bevor ich da bin. Wir müssen recallen. War die Basewick gefinisht. Beziehungsweise. Na, schaffen sie doch. A-S-H-O-Gangplan. Da ist ein Ulti drauf. Full Build, schlecht. Ich hab leider noch kein Full Build. Ich hab jetzt ne Crit Chance von 87. Na ja mal hin. 87. Wie ist die an Nix? Ich hab ein bisschen für ne Chance. 3 AD hab ich auch noch. Ich hab ein Magic Penetration. 8%. Mach nur um ein bisschen. Cooldown Reduction 14%. Penta bitte. Penta. Crit hab ich. Ich hab ein Prozent Lifestyle. Wo hab ich denn den her? Oh, wahrscheinlich nicht mehr Mastery. Meike! Nooo. Penta versaut schon, toll. Musst warten. Wie soll sie um die Nami? Es erfüllt die Nami vielleicht noch oder noch. Weiß ich noch. Wenn der Dagi jetzt gegen verloren hätte, hätte ich outs gelacht. Aber frag mich. Vom 1 gegen 1, why? Oh, sie gewinnt 1 gegen 1. Ist schlecht. Oh, wie hat sie so viel Damage? Ach, sie hat Battle of the Ruined King. So ein Blödsinn. Weit wo von mir. Wir rechnen, dass die Battle of the Ruined King kauft, why? Was keiner sonst macht. Ich hab ja nicht finishen, glaub ich. Mach deine Suppe irgendwo drauf. Dummer Arsch. Äh, alles ist wie Damage geworden. Meinst du? Äh, ich glaub schon, ja. Ganz knapp. Der hat der Warrior hier unten gebeten. Ja, das war's mal wieder. Das war ein Scheiß-Game mit Meister-Haar. Ich wollte hier zu Null rausgehen. Hat nicht ganz geklappt. Nein. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss, tschüss. Ciao.